Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Eine ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil. Heute zeigen wir Ihnen, welche Nährstoffe unser Körper benötigt und was passiert, wenn sie fehlen. Beginnen wir mit einer Übersicht über die wichtigsten essentiellen Nährstoffe. Diese sind in einer Vielzahl von Lebensmitteln enthalten und spielen eine entscheidende Rolle für unsere Gesundheit. Vitamin A. Es unterstützt das Wachstum und die Entwicklung, es fördert die Gesundheit der Haut und der Schleimhäute und ist wichtig für die Sehkraft und das Immunsystem. Zu den Mangelsymptomen zählen Nachtblindheit, trockene Haut, erhöhtes Infektionsrisiko und beeinträchtigtes Wachstum. Vitamin B1. Es hilft bei der Energiegewinnung aus Kohlenhydraten und unterstützt das Nervensystem. Zu den Mangelsymptomen zählen Müdigkeit, Muskelschwäche und Gedächtnisprobleme. B2. Es ist wichtig für den Energiestoffwechsel, unterstützt das Wachstum und die Reparatur von Geweben. Zu den Mangelsymptomen zählen Entzündungen der Haut und Schleimhäute sowie Augenprobleme. B3. Es hilft bei der Energiegewinnung, unterstützt die Hautgesundheit und das Nervensystem. Zu den Mangelsymptomen zählen Pelagra, Hautausschlag, Durchfall und Demenz. B5. Es ist wichtig für den Energiestoffwechsel, unterstützt die Bildung von Hormonen und Neurotransmittern. Zu den Mangelsymptomen zählen Müdigkeit, Schlafstörungen und Magendarmprobleme. B6. Es hilft bei der Eiweißverwertung, unterstützt die Bildung von roten Blutkörperchen und Neurotransmittern. Zu den Mangelsymptomen zählen Hautentzündungen, Anämie und neurologische Störungen. B7. Es ist wichtig für den Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen und unterstützt die Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln. Zu den Mangelsymptomen zählen Hautausschläge, Haarausfall und Müdigkeit. B9. Ist wichtig für die Zellteilung und das Wachstum und unterstützt die Bildung von roten Blutkörperchen. Zu den Mangelsymptomen zählen Anämie, Neuralrohrdefekte, BI-Schwangeren. B12. Hilft bei der Bildung von roten Blutkörperchen, unterstützt das Nervensystem und die DNA-Synthese. Zu den Mangelsymptomen zählen Anämie, neurologische Störungen und Müdigkeit. Vitamin C. Es stärkt das Immunsystem, unterstützt die Collagenbildung, fördert die Wundheilung und wirkt als Antioxidanz. Zu den Mangelsymptomen zählen Scorbut, Müdigkeit, Zahnfleischbluten, Muskelschwäche, schlechte Wundheilung und ein erhöhtes Infektionsrisiko. Vitamin D. Es unterstützt die Aufnahme von Calcium und Phosphor, fördert die Knochengesundheit und unterstützt das Immunsystem. Zu den Mangelsymptomen zählen Rachitis, BI-Kindern, Knochenverformungen, Osteomalazie bei Erwachsenen, Knochenschwäche und ein erhöhtes Risiko für Osteoporose. Vitamin E. Es wirkt als Antioxidans, schützt die Zellen vor Schäden durch freie Radikale und unterstützt das Immunsystem. Zu den Mangelsymptomen zählen neurologische Störungen, Muskelschwäche und ein erhöhtes Infektionsrisiko. Vitamin K. Ist wichtig für die Blutgerinnung und unterstützt die Knochengesundheit. Zu den Mangelsymptomen zählen Blutungsneigung und verminderte Blutgerinnung. Calcium. Ist wichtig für den Aufbau und die Erhaltung von Knochen und Zehen, unterstützt die Muskel- und Nervenfunktion und spielt eine Rolle bei der Blutgerinnung. Zu den Mangelsymptomen zählen Osteoporose, Knochenbrüche, Zahnprobleme und Muskelkrämpfe. Eisen. Ist wichtig für den Sauerstofftransport im Blut, unterstützt die Energieproduktion und spielt eine Rolle bei der Immunfunktion. Zu den Mangelsymptomen zählen Anämie, Müdigkeit, Schwäche und Konzentrationsschwierigkeiten. Diod. Ist wichtig für die Produktion von Schilddrüsenhormonen, die den Stoffwechsel regulieren und das Wachstum und die Entwicklung beeinflussen. Zu den Mangelsymptomen zählen Schilddrüsenprobleme, Kropfbildung und geistige Beeinträchtigungen. Magnesium. Unterstützt die Muskel- und Nervenfunktion, fördert die Knochengesundheit und spielt eine Rolle bei der Energieproduktion. Zu den Mangelsymptomen zählen Muskelkrämpfe, Herzrhythmusstörungen und Müdigkeit. Kalium. Ist wichtig für die Muskel- und Nervenfunktion, reguliert den Flüssigkeitshaushalt im Körper und unterstützt die Herzgesundheit. Zu den Mangelsymptomen zählen Muskelschwäche, Herzrhythmusstörungen und erhöhter Blutdruck. Zink. Unterstützt das Immunsystem, fördert das Zellwachstum und die Wundheilung und spielt eine Rolle bei der Hormonregulation. Zu den Mangelsymptomen zählen Wachstumsstörungen, Hautprobleme und ein geschwächtes Immunsystem. Omega-3. Fettsäuren. Unterstützen die Herzgesundheit, wirken entzündungshemmend, fördern die Gehirnfunktion und die Augengesundheit. Zu den Mangelsymptomen zählen Entzündungen, Gedächtnisprobleme und ein erhöhtes Risiko für Herzkrankheiten. Ballaststoffe. Sie unterstützen die Verdauung, regulieren den Blutzuckerspiegel, fördern ein gesundes Gewicht und unterstützen die Darmgesundheit. Zu den Mangelsymptomen zählen Verdauungsprobleme, erhöhtes Risiko für Verstopfung und Gewichtszunahme. Proteine. Sind wichtig für den Aufbau und die Reparatur von Geweben, unterstützen das Immunsystem und dienen als Bausteine für Enzyme, Hormone und Antikörper. Zu den Mangelsymptomen zählen Muskelschwäche, beeinträchtigtes Wachstum und ein geschwächtes Immunsystem. Diese Nährstoffe haben alle wichtige Funktionen im Körper und sind für eine optimale Gesundheit unerlässlich. Eine ausgewogene Ernährung, die alle essentiellen Nährstoffe in angemessenen Mengen enthält, ist der beste Weg, um sicherzustellen, dass der Körper gut versorgt ist. Denken Sie daran, dass eine ausgewogene Ernährung der Schlüssel zu einem gesunden Lebensstil ist. Sorgen Sie dafür, dass Sie alle essentiellen Nährstoffe erhalten, um Ihren Körper optimal zu unterstützen. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, mehr über essentielle Nährstoffe zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durch gesund!